ja freunde hallo und herzlich willkommen zurück zu my time at portia jetzt muss ich noch überlegen was hatten wir denn in der letzten folge ja eigentlich eine sehr ruhige zeit denn und nix machen weiter ja ich habe mich aber in der zwischenzeit erkundigt wie wir vielleicht mal endlich etwas kochen könnten und was soll ich dazu sagen wir müssen mehr datendisks ins labor bringen damit wir vielleicht endlich mal eine kochstation bekommen er geht das nämlich nicht also bleibt uns heute wahrscheinlich nicht drüber den ganzen quatsch mal anzuleiern aber erstmal hier haben einsammeln denn wir brauchen ja noch einiges glaube ich hier genau hier nicht doch stahlplatten zwei stück noch denke ich nur noch eine sind die letzte fertig hier gemacht hier wird wenn dann hier gemacht hier ist hatte ich wann die wo wäre in zweieinhalb stunden das sollte doch funktion ückeln als nächstes und 8 auf mehr bleibt bei 8 ok dünner laden weil es ist nur sechs empfiehl bekommen dass wir hier quatsch machen könnten aber machen wir erstmal nicht die will ja obstsalat das geht erst mit der kochstation das heißt wir brauchen definitiv erstmal aber heute ist freitag wir holen uns noch einen auftrag 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 hallo anton das hätten wir denn ein b auftrag hallo anton nicht herstellen da mal eine stadt für 940 die stühle ja nehmen wir die kleinen stühle wir müssen ja auch mal kleine aufträge annehmen wir kommen sich so noch nicht so schnell auf platz 1 von dem zeug da müssten wir glaube ich jeden tag glaube ich nur a-ränge machen hey bilder you seem like a pretty social type what do you say got a few moments to help out your old pal albert that's great i knew i could count on you so look here's the situation you know gust right tall guy long hair standoffish here and i go way back which is part of why i moved to porsche to open a and g construction as of gust well gust is this sister ginger and she's a once-in-a-lifetime beauty a truly stunning girl there's only one problem she doesn't go outside too often what a shame right supposedly she has a health condition i'm not sure about the details gust gets a little weird when i bring it up which is where you come in i need you to track down this mysterious beauty and learn more about it once you learn more about it come back and see me i'll be waiting in sie doch aber schon was ist das für ein quatsch als bock ich weiß schon warum gast sie nicht vorstellt aber naja lassen wir das mal so kleiner stuhl den könnten wir doch hier glaube ich erstellen ne hoja als potter zududum zudm zudm schade dass man hier die bäume hier drin nicht abpacken kann Ich hörte von Papa, dass du das Polluted-Water-Issue mit Sam Oh, ich hör sie gerne Jetzt habe ich es alles gehört War es schrecklich, dass du so in den Ruin fallen? Oh, und Sam klingt so stark Ich bin glücklich, dass du es gemacht hast, ohne mich verholt Ah, hallo da Willst du mehr über mich lernen? Das ist so nett von dir Ich habe eine Gesundheitskondition, die es schwierig macht, zu draußen zu gehen Das ist okay Ich habe ein paar Hobbys entwickelt, die ich in der Mitte machen kann Ich liebe es, zu lesen Und ich liebe es, kleine Trinkets zu machen Ich fühle, dass die Bildung und die Kreativität sind schönste Dinge Die Menschen unter irgendwelchen Lichtern sind Was mich aber jetzt wundert Die ist doch, glaube ich, eine Heerrechtskandidatin Und man kann mit ihr Kinder kriegen Wenn sie aber ein gesundheitliches Problem hat Äh, wie soll das... Naja, okay Ich habe mich darauf achten Ich habe mich darauf achten, ein Buch Die heißt Journey to the East Ich weiß, es ist ein Klassiker Aber es ist so schwer zu finden Die Geschichte klingt so träumig Aber es ist so schwer zu finden Einen Tag würde ich gerne auf eine große Abenteuer gehen Kannst ja machen Ich habe gerade geschenkt, ein Buch Das heißt My Way Home Es war so gut Ich habe die ganze 2. Hälfte des Buches Den Staubsaugen geschenken Das wäre es jetzt so... Aber man, wir müssen echt mehr Geschenke machen Damit wir mal Sachen von den Leuten kriegen Ich glaube, ich muss mir auch mal da eigentlich eine Liste besorgen Wer was mag Weil, ganz ehrlich, ich will das nicht alles rausfinden Ich bin hier alleine Oh, unser Koch Der kocht dahinten Ack, ack Der hat mich hier an Maskedix Das ist gut Ich mag ihn smart Come to think of Ich denke, du kannst das Buch auf der Round Table Djangos Restaurant Du kannst dich spielen Aber das ist kein Problem wenn du ein Freund wie ich, oder? Oh ja Hi Portia ist auf der kleine Seite Ja dann Da 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 Jetzt Bock Ich sag's immer noch Warte mal, ein Momentchen mal Wenn ich doch mit Django Der kleine Stuhl Hier ist Jungs Dings Aber der hat mir doch gesagt, ich krieg das hier drin Hallo Emily Ach, das kann ich wohl hier hinten eintauschen, ne? Reise aus dem Osten Reise aus dem Osten Ja Oh, 250 Abzeichen Na dann, ich versuche nochmal mein Glück Krieg ich nochmal hier Oh 12 12 20 Naja, kriegen wir schon hin Wartes mal ein bisschen Naja, kriegen wir schon hin 25 25 25 Ach, was hat er mich da Fertig Ach, was hat er mich da Ach, was hat er mich da Einmal noch Da müsste es eigentlich reichen Ja Ach nee, ich brauche hier glaube ich 250, ne? 250, ich brauch da? Ja Na nee, die Dinger schaffe ich nicht Ach, das ist mit Gold, okay Ach so, oh nee, das krieg ich noch nicht hin, ja, komm Nee, danke Dann doch lieber hier nochmal weiter Neun Ich bin echt schlecht grad Der weint Der weint Der weint 12 Da hat der Pfeifungzeit sich nicht gesagt Ja, da musst du nur ein, zwei Spiele gewinnen Das müsste es doch aber mal reichen, oder? Ich will das Inventar nicht Ja, das reicht Okay Da kommen wir uns Die Reise aus dem Osten hier Danke Warte mal, hat es hier ein Obst oder die Creme? Facketti Facketti Meeresfrüchte Teekanne Hier gibt es ein geültendes Abzeichen Ein Ritterschild Uh, 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 uh Na gut, das ist Wacht, du scheiße, ich kriege so auf die Weise Babykram, Mist Okay Das muss ich bestimmt jetzt zu Gast, äh, nicht Gast bringen Äh, wie heißt er denn? Hallward? Warte mal, ich müsste die anderen mal quatschen alle Schön zum Mittag Es ist Mittag Mittag, Mittag, Mittag Hier, Herr Orstes Robert Wow, du hast es eigentlich geschafft Danke viel, mein Freund Danke Nicht mehr über mich, wegen einer Mädchen in so einem Rund-A-Bout-Wag Es wird kompliziert, wenn dein bester Freund sie ihr Bruder ist Mit diesem Buch in Hand bin ich los, um die Mädchen von meinen Träumen zu impressen Na ja Aber 2.000 Gold dafür Porsche is on the small side Gut, ich weiß jetzt grad nicht, wie viel wir eigentlich ausgegeben haben, aber Ach, was soll's Was soll's Wir bringen erstmal den kleinen Stuhl noch weg Wer haben wir denn? Jetzt haben wir schon Wir haben wieder 20.000 noch zumindest Warten, das bringen wir noch weg Das wird dann vielleicht so machen Das war innerhalb von 2 Tagen das Zeug Fliegen Wenden Maxim müssen wir auch noch hin Das kriegen wir auch noch hin Ja Ich geh so auch in die Tür rein Hey, Mei Bereit für Part 2 Me Make Porsche Times Number 1 Aktion Plan Gerne Aber warum hast du Lückenstift jetzt da drauf? Wo wir immer wieder Erwa und ich haben jetzt alle die Illustrationen mit Hand Aber wir sind beide schrecklich in der Art Ich habe sogar eine Lippenstift von Gust von uns gesagt, dass wir uns stoppen zu schreien Das Kerl Für das nächste Teil meines Plan Wir brauchen eine Kamera Na toll Ah, groß Kameras sind so sehr rar Sie haben nur ein paar in unserem Atara-Office Ja, kriegen wir hin Hallo Maybe I'll have my lunch break out so- Ich habe eine Ich habe eine Kampfer Wie ist das? Was willst du denn? Eine Kamera? Ohoho, du musst nicht zu weit gehen Ich will lieber den Bauplan haben, um das Ende zu bauen. We don't have the technology to build cameras, and working ones are extremely rare. Can I have yours? No, of course not. Das war so klar. Pretty please. You know what? I just thought of something. I can give the camera to you on one condition. Na toll. What's that? We go on a social engagement. Was? Okay. Das sollte reichen, komm. Jetzt habe ich doch nur noch 17. Ich gehe jetzt noch mehr, gehen wir jetzt ein bisschen doof hier wohnen. Stur, warum sollten die Technologien der alten Welt nicht verwenden? Sie können ganz offensichtlich dazu beitragen, unsere Leben einfacher zu machen. Das macht wirklich keinen Sinn. Na, dann verbrechen. Äh... Reichstatt vielleicht? Nee. Wahlplatz? 8.20 Uhr. Okay. Cool. Wir haben morgen eine Verabredung mit Merlin. Hm. Der ist jetzt auch im Kalender drin, bitteschön. Kalender, Kalender, Kalender. So. Das ist jetzt aber der richtige Opfer. Das ist jetzt so zweifelhaft. Dass ich glaube... Hm. Wir kriegen damit ganz schön was auf den Deckel, würde ich fast sagen. Naja. Ist mir egal sein. Haben sie eh nicht auf Merlin abgesehen. Hehehe. Darum rennen wir. Bestimmt nicht. du bist denn du dr xx die hätte schön wir sagen jetzt mal gut wir brauchen erst mal noch nichts großartig bauen haben wir sonst alles gebastelt ist ja alles ob salat kann man noch nicht da brauchen wir noch den kram wie eine nummer zwei wir werden wahrscheinlich noch sehr 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 viel carbon stahl bekommen müssen nein ich will keinen in der blieber so ja was erstmal ein bisschen eisen wegkloppen. und jetzt. warte dass man hier so wenig kupfer kriegt. das ist irgendwie immer so.. ey.. oh.. Kerzenleuchter? nee.. was ist das? soldat mit lanze. yeah.. oh gott da unten gibt es noch was.. hier drüber aber auch.. 15 meter in die richtung bitte. noch 12.. 10.. 11.. und ganz wenig nur noch. oh ein Ventil! Cool. Ja, das wäre wirklich gewesen, aber ich nehme lieber den da. Bisschen Eisen. Wie, das war es schon mit dem Eisen? Was ist das für ein Quatsch, Fug? Ja, was solls. Immerher damit. Steine kann ich so verkaufen und wegschmeißen. Eigentlich wieder so verkaufen. Oh, ein Kistchen. Einfache Schaltkreise. So, hier ist nix weiter. Aber hier drüben war doch, glaube ich, noch da. Hier mal könnte ich doch da lang, genau. Eisen, sehr schön. Verstehe aber auch nicht, warum man hier nicht ranzoomen kann, Ricky. Und Wirtschaftsdatenchip schon wieder. Weil da hat nur die Lanzeteil eins. Okay. Fahrtsuche. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir brauchen immer mehr. Äh, schon wieder so'n scheiß Eimerchen. Wollen wir noch nicht. Unter mir muss doch einer gewesen sein. Jupp. Oh, nicht nur einer. Alter Falter. What? wieder die Lanze. Ja gut, das kann man aber alles am Ende dann ins Museum geben. Das Zentrum-Modell. Ein Relikt? Ja, was mache ich denn mit den Relikten? Muss ich gleich mal gucken. Energielampe. Oh. Moment. Ich gucke erstmal nach, was das Relikt macht jetzt. So. Verwendet die Version, so wie wir hier herstellen. Verlust-Aurina. Dann vier Teilen des Leistungszentrum-Modells. Ein Teil von der Seite. Ah. Interessant hier. Aber kriege ich dann die anderen Teile daher, kriege ich die auch nur hier? Ah, eine Feder. Da haben wir ja nicht irgendein Müll drin ist. Ok, war nicht so schlecht. Was hast du denn? Eine komische Muschel. Noch ein Relikt? Eine Meerjungfrauenstatue? Alter, was ist denn hier los jetzt auf einmal? Jetzt kriege ich hier Relikte noch nicht oder was? Relik-Hunter! Ich kann sagen, hier war doch noch was, ne? Und da auch noch. Ok, noch ein Wind. Fehler. Ja. Stein und Sand, Sand und Stein. Ja, also muss das alles sein. Stein und Sand, Sand und Stein. Äh, Schmiermittel. Muss das sein. Äh, so da haben wir was. Hier haben wir was. Da drüben haben wir noch mehr. Was? Ich geh da hoch, erstmal. Der war in der Kreise bräunig. Ich glaube, dafür ist dann der Relikt-Scanner da. Der zeigt mir dann wirklich die seltenen Dinge an. Aber ganz ehrlich, dafür würde ich auch keine 2000 derzeit ausgeben. Naja. Nicht, solange ich nicht noch einmal wenigstens die Farm aufgewertet habe. Obwohl, ich will ja noch einen Hühnerstall auch gerne basteln. Äh, das ist schlecht, 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 schlecht. Scheiß. So ein Einmalchen? Ja. Äh, Schatzsuche, Schatzsuche, Schatzsuche. Falang, dann geht's nach unten. Und ein paar Schräg nach unten links, würde ich sagen. Ja, ne? Oh, noch eine Truhe. Sag, hey, hier war doch gerade. Hier unter mir. Und irgendein Buch. Muss ich gleich mal lesen. Aber warte mal, das Buch könnten wir doch vielleicht mal schenken, oder? Nein, ich bin hier so ein Scheißschläger. So, hier gibt's nichts mehr. Da ist was. Ich würde mal sagen, das machen wir als letztes Ausgrabungsstück. Für mehr lohnt sich sowieso nicht, würde ich sagen. Einfache Schaltkreise. So, was macht denn das Büchlein, hä? Ethische Perspektive. Einfach mal lesen. Ne, kann man nicht lesen. Das können wir also nur verschenken. So, was haben wir hier? Mehrjungfrau Katzenstatue. Eine Mehrjungfrau Katzenstatue, echt? Huchu! Passt weggeschmissen. Ne, 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 ne. So, hahaha. Bitte. Ruineingang, danke. Ich will ja nämlich nicht einfach wieder irgendwie was wegschmeißen, beenden, oder sonst hier. Pipapo. Klager? Wozu beruhig das denn? Das hab ich mich schon mal gefragt. Hm. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Das Buch behalten wir erstmal. Das geben wir Ginger. Du dich jetzt eigentlich mal vorschlagen, dass wir das Ginger geben, oder? Ich meine, das ziehe ich mir dem Buch. Ne, 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 ich brauch mehr Holz, ich brauch mehr Holz. Zack. Ah, und das ist schon wieder 0 Uhr. Ach, nö. Die Folge hat sich mal wieder in die Länge gezogen hier so ein bisschen, ne? Halt. Okay, Stahlplatten. Danke. Mal fertig bauen. Dann brauchen wir eine Trühe. Dann brauchen wir eine Trühe. Alles sortieren. Jo, alles weg, was weg muss. Da, 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 da. So, für mich nur, da sind das fertig. Und zack. Paar Wohnstall, danke, hätte ich gern nochmal gemacht. Wenn man Garnstahl jetzt auch so langsam rum könnte. Marmor, Bronze, Kupferplatten. Holzbratter. Kann auch nie genug brauchen, äh, haben. Eisenhalsdien werde ich wahrscheinlich auch nochmal brauchen einige. Hätte ich wahrscheinlich nicht hier machen können. Ich hab doch hier Krieg, Holzbratter. Nein. Moment halt. Abbrechen, jo. Bitte zweimal Eisenholz. Und hier die Holzbratter, danke. Holzbratter, Holz, 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 Holz. Halt. Den Ofen noch auffüllen. Den Rest für Holzbratter nutzen. Auf aber... POL tecnología macht das vor. Aber sag ich mal, was er dir echt nicht ist. Wir sind schon wieder auf dem Weg kommt was vor. Und was? Wir sind hier Allah, du, 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 du... kramkisten und zack wir haben hier der lanze lanze land gott es gibt fünf teile eins von drei teilen ja wir können die energielampe schon mal herstellen das schon mal schön 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 können wir morgen instinks gehen wirtschaftsdatenschippen und zweites hier gehen wir langsam auf den keks hier hier landpflege datenschipp also muss ich die dinge einsetzen kriegst du die krise hier noch mal so ein buch diesen buch machen wir so die bücher dass ich mir hier das gebe ich dann morgen unsere ginger im skrams schläge hatten wir abgelegt ist schön essen hier landwirtschaft hat doch irgendwas mit essen zu tun so freunde dann sind wir am ende eine folge angekommen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen wie immer und ja ihr kennt ja das ganze gedönse däumchen nach oben und einfach was in die kommentare ich sag nur noch ciao und bis zum nächsten mal